So, let's go, ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen hier zurück. Ich weiß nicht, warum ich jetzt lachen muss. Ich muss lachen, ich weiß lustig. Zurück zu Search the Notter 2013 mit der Doppel-Ternierentransplantation. Nachdem wir nach etwas emotionalen Ausfällen, aber wir haben es geschafft. Das ist das wenigste, wir haben es geschafft, aber ja. Nach der erfolgreichen Herztransplantation machen wir wieder. Wir haben es jetzt. Oh, denk nicht mal dran, ey. Bleibt einfach da dran. Oh, meine Nase läuft. Perfekt. Ja, ja genau, das erste, was wir machen. Also, ich weiß ja noch von vornherein. Achso. Ihr wollt... Schwester, Notiz an Sie. Könnten Sie bitte das Werkzeug vorher ein bisschen schärfen? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich hätte gern ein scharfes Werkzeug. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen dabei geht, aber ich hätte gern ein scharfes Werkzeug. So, super. Schon wieder 2000. 2000. Nur schon... Wieso, wieso gleitet hier dieser Dreck durch dir? Ach du, Jesus Christus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wirklich. Ich werde hier so wahnsinnig. Das könnt ihr euch nicht. Das kommt doch aus bevorragend. Hä? Einfach so und nicht so durchfallen lassen. Das kann doch nicht so schwierig sein. Das kann doch nicht so schwierig sein. Anscheinend. Was war denn das jetzt überhaupt? Achso, die Spritze war das, ne? Ist ja wurscht. Wir brauchen keine Spritze. Warum soll ich mir eine Spritze brauchen? Vollkommen bedeutungslos. So. Ich ritz jetzt da meinen Namen drauf ein. Das ist schon wirklich... Das ist schon was ganz Schwieriges. Das ist, wie gesagt, diese Scheiß, die uns dran plant, Zerfaktion, ey. Die geht mir echt voll auf den Keks. Die geht mir echt... Also, das ist die schlimmste von allen. Wirklich. Ja, nimm seine Augen! Kratz seine Augen bestenfalls aus. Nee. Ja, ja. Das ist schon... Das ist schon was Witziges, ne? Sertion Simulator, das ist schon... Das ist schon eine Sache für sich. So. Hier, oder? Ja, genau. Achter, schau, guckt euch das an. Schon so... Nein, bitte. Nimm einfach diesen Kack. Ah, je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Oh Gott, als ob ich mit einer Schwuchtel zusammenarbeiten würde. Wobei Schwuchtel dann für mich in diesem Kontext heißt, dass er einfach nicht mal so ein Ding anfassen kann. Wirklich. Ich würde es ja verstehen, wenn er eine... Ach komm, ich will, ich, ich, ich... Wie ist es? Das ist witzig. Da lacht jeder drüber. Da lacht jeder drüber. Wirklich jeder. Ja, genau. Da lacht jeder drüber. Wo muss das jetzt? Mann, 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 ey, Mann, ey, das nervt mich so brutal. Und jetzt einfach nehmen. Wirklich. Und diese Musik im Hintergrund, die macht das Ganze so, so ein bisschen lächerlich. Naja, was soll's, ne? Oh, ist das zu freundlich. Oh mein Gott, das gibt's ja nicht. Komm, geh weg. Oh mein Gott, das ist ja zu geil. Das ist zu geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich könnte es schaffen. Ver-ver-bitte, bitte. Nervt mich jetzt nicht. Oh, wer-w-w-wenn ich jetzt verliere, ey, ne? Oh, dann ist aber die Welt zu spät, ne? Oh, dann geht's aber ab. Oh Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Und jetzt, mach die Fliege. Mach die Fliege, äh. Hohensack, Hohensack. Geh weg. Weg, 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 weg. Reiß ihm den Knochen von mir aus noch mit aus. Ey, das ist mir jetzt richtig wurscht. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, 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 oh ist aber aus. Dann ist aber aus. Dann ist aber aus, die Maus. Perf**ter Sch*****! So freut man sich. So freut man sich. Das ist cool. Mann. Das ist echt unerwartet. Das ist jetzt echt unerwartet. Eine Gehirntransplantation. Machen wir sofort, weil das unglaublich geil ist. Hi. Habe ich noch eine Ahnung, wie funktioniert? Ne, Mann. So. Also ich weiß auf jeden Fall, weil ich da mit dem Hangout... Oh. ...mit dem Hammer drauf einprügeln werde. Aber ich weiß, dass ich unglaublichen Schaden damit anrichten kann. Ist mir bewusst. Ihhh. Ach ja, das ist mir auch noch ein Begriff. So. Laser, genau. Laser ist immer gut. Komm, geh weg. Komm, 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 komm. Hältest du die Güte. Einfach. Durchtrennen. Ist das möglich? Oder? Ne, oder? Nö, wieso? Wieso denn auch? Viel zu Mainstream. Ach ja, und er schafft es schon wieder nicht. Kann ich dieses Ding nehmen und einfach ihn mal über den Kopf ziehen? Ich hatte einfach mal Bock drauf. Ich hatte einfach mal Bock drauf, diesem Penner eins drüber zu ziehen. Das mache ich. Ja, ja. Brutaler Mord. Unglaublich. Ich sollte Todesstoffe bekommen. So. Wo ist denn das? Ah ja, da ist das. So, ich habe jetzt unglaublich Bock, diesem Ding eins drauf zu ziehen. Sobald ich die Möglichkeit habe, sehr gut. Dann halt damit. Das ist... Halleluja. Hahaha. Ah, das ist Befriedigung. Neun Highscore aufgestellt. Ah, das ist gut. Das ist gut. Okay. Ah, ja, ja, ja. Na? Ja, wir müssen auch gar nichts geben. Können wir es auch mit dieser Flasche machen. Oder? Können wir das? Ah, gut. Können wir nicht. Können wir jetzt damit irgendwas? Vielleicht. Ah ja. Damit ist bestimmt gut. Wir tun jetzt Holz fällen, Holz fällen, Holz fällen, Holz fällen. Mei, 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 du Armer. So, jetzt komm raus, komm. Musst dich nur raus, musst dich nur raustrauen, ne? Scheint noch keine Lust zu haben. Na dann. Ah, wir nehmen Uhu-Stift. Und kleben seinen Verhirn. Unglaublich. So, ist jetzt los? Weg nach draußen. Nö, immer noch nicht? Immer noch nicht, ne? Scheint keine Lust zu haben. Ja, gut. Wir kürzen ab. Ich kann es sowieso jetzt gar nicht gebrauchen, ne? So, letzter Versuch. Sonst... Sonst werde ich hier wieder zu... Man provoziert es auch wirklich, dass ich mich schon wieder unglaublich aufrege. Man provoziert es richtig. Ich meine, ich versuche mich ja zu beherrschen, aber... Man... Warum verliert... Warum, warum verliert er eigentlich so viel Blut? Nur weil ich da ein bisschen an seinem Hirn rumspiele. Was soll denn das eigentlich? Was für ein unlogischer Kack ist das eigentlich? Ich meine, nein, es ist nicht unlogisch, mit einem Tomahawk jemanden am Hirn zu kitzeln, zu kratzen. Mir doch wurscht. Aber dass der jetzt hier unnötigerweise Blut verliert, das finde ich ein bisschen schon übertrieben, ne? Aber... Wurscht. So, das ist aber zu freundlich. Zu freundlich. Und wir, du kratzt mich, ey. Bin ich ungemütlich. So, dankeschön. Also, ich brauche diesen blöden Laser, weil ich mal der Meinung bin, dass es ohne Laser nicht geht. Ist nur meine Meinung. Ist nur meine Meinung. Willst du? Oder... Ha, 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 launch your brain, los, los, los! Das muss einfach sein Das ist unglaublich gut Was ich da gemacht hab Ich sollte Arzt werden Mann, das wurde auch mal Zeit, dass ich gut werde Das hätte ich niemals gedacht Cool Okay, cool, vielen Dank fürs Zuschauen Ich hab's gefallen und würde mich freuen beim nächsten Video Ich weiß gar nicht Habe ich eigentlich schon gesagt, dass Terraria Angehalten wird, aus organisatorischen Gründen Weil Ja genau Also wenn nicht, ich weiß nicht Also wen interessiert, Terraria wird aus organisatorischen Gründen Ich muss nicht so, wie ich's gesagt hab Also Terraria wird Aus organisatorischen Gründen Mal kurz pausiert Weil ich ja mit den anderen Leuten spielen will Und das aufnehmen Und stattdessen spiele ich das da Ich hoffe, es gefällt euch Wobei, jetzt sind wir ja fertig Weiterspielen Das war's, ne? Cool Ja, das war's, ne? Toll Super Oh What the fuck? Sagte ich schon Sagte ich schon, da hinten steht was drauf Ja, vielen Dank fürs Zuschauen Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen Und Ja, keine Ahnung, was ich jetzt mach Also auf jeden Fall wird Terraria kurz Pausiert, ne? Für die Leute, die es interessiert Und für die es wissen wollen Naja Ne, ich hab schon vielen Dank fürs Zuschauen gesagt Mein Name ist Ben Und ich sage für Search for Simulator 2013 Für heute und für immer Außer es kommt wieder ein Update raus Ja Auf Wiedersehen Tschüssi